Weil ein digitales Business aufzubauen, also stabile Umsätze aufzubauen, das braucht Zeit. Und die meisten Solopreneure haben am Anfang Zeit, aber kein Geld oder wenig Geld. Oder die meisten, gerade die Jungen, haben wenig Geld, weil sie, viele davon versäumen, sich eine gute Planung, eine gute Finanzplanung zu machen, um zu gucken, kann ich mit dem Cash, was ich bis jetzt habe, aus meinem Ersparten, drei bis sechs Monate überleben? Weil was, wenn keine Anfragen, keine Leads reinkommen, weil du deine Positionierung nicht so klar hast, weil du noch nicht genau weißt, wie du die Zielgruppe erreichst, weil du verschiedene Gründe, lass es mal in der Krankheit, die sich keiner kennt, unter 1000 Follower oder 300 Follower oder bei null Follower startest. Es sind viele Parameter und es ist für mich dann utopisch zu sagen, ich will von null auf hundert und am besten gestern. Und das wird akzeptiert, wenn du sagst, mach mal das Ziel, was wir erreichen wollen, realistischer. Genau. Ich arbeite gerne mit Smartseele und wenn jemand erstmal schluckt, dann sage ich, du, wenn du diesen Erfolg haben möchtest, dann bin ich nicht die richtige Begleiterin, dann bin ich nicht der richtige Sparing Partner. Es tut mir leid, weil ich kann dir das nicht geben, ich kann dir das nicht garantieren und versprechen, weil es wäre gelogen. Also. Also.